Willkommen zurück und dann wollen wir mal sehen wie es jetzt hier weitergeht Das hat man ja gesehen Alle angreifen Jäger und Bomber ja also quasi das wie vorher schon Wir haben unsere eigene Personal Guard-Dog-Tradition Tweenie, wenn wir Dögen sind, kann ich auf deinem Lack sein, wenn das alles vorbei ist? Head in the game, Mister Hecht Sandman, hast du diesen Laser Link bekommen? Ich verstehe, Sir Ich möchte dich als die Winkler wieder sein Ich sehe dich in Kommand-Dier-Dierade Und ich möchte sehen wie du es in der Point-Defense-Situation Wir haben bereits Verteidigung geschlagen Major Henschein, die Destroyer sind fast in Missile-Range Blöde sie aus dem Meer! Wollt ihr das, Colonel! Alle Units, die Enemens-Strike-Force ist in mehrere Brüten und eine Re-Vektoren, um uns in eine andere Richtung zu retten Major Boss, die Attacken sind bereit, um die andere Hälfte von deinem Squadron zu bringen Sie werden bereit sein in ein paar Minuten Das ist Great White Squadron, covering Gamma Quadrant Wir haben enemy Fighters und Bombers in unsere Bereich Wir haben die Formation zu verbreiten Wir haben die Formation zu verbreiten Das ist Archer Squadron, covering Delta Quadrant Wir haben Sighted Hostiles Das ist Munch-Sharp-Leader in den Maiden Quadrant Wir haben die enemy Verma Tiger Squadron, engagieren die enemy Fighters in Alpha Quadrant So, battle to defend our carrier has begun Again, I might add Again? Yeah, we pulled point defense duty last week Now's our rear Admiral Callahan got worldly wounded Thanks to Grey Wolf Hey pal, it wasn't my fault I was kidding, Grey Major Gonzales really botched that last one Wait for up with his life Cannon, you guys We wait until any Kilrathi get past the perimeter Till then, keep your mouth shut Spielt sich das jetzt hier ab Oder kommt noch ein Autopilot? Ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung More Pactone, none with both ES Quarts have broken through our defense perimeter TCS Hammies beschützen, no? Die Bomber zuerst Also diese Pactone Teile Sehr wahrscheinlich Machen wir Die Bomber zuerst Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Sie ist im Hinterklar! Euer der Gericht und Herr Milonom Da ist noch einer, also drauf da. Keine Raketen mehr, ne? Muss ich das so machen. Nur noch Drellfie ist okay, dann machen wir die auch noch kaputt. Oh, ich muss meine Uhrzeit ja neu starten, ne? Bis dann mehr als 20 Minuten darf es ruhig jedenfalls werden, aber ich will es halt auch nicht übertreiben, ne? Erste Welle, ja geil! Oh weia, das wird ne unschöne Mission, hab ich das Gefühl. Was haben wir da so? Oh, ja, das sind Pac-Van-Teile. Und ich hab keine Raketen mehr. Das ist unschön. Das ist der KZ hinter dir. Sehr schön. Mal drauf da. Hm, hat auf mich schlechter Sinn verschlossen. Hm, also kommen da noch welche? Hm. Malmö. 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 ja läuft eigentlich ganz gut hier ne will ich mir nicht beschweren tja Kätzchen du bist erledigt und was machen mit C oder so Staffel alle Jäger und was machen mit C oder so dass sie dann von hier die Jäger das ist ein Schacht 3 4 von der Burma's Tigers haben den Rest des Squadron ist in Trouble Lieutenant, was sind die Bombers? sie sind noch in route ich werde die posten ab das werden wir sehen für die schlacht überleben die schlacht die schlacht die Ah, Mann. Den hat's aber schön zerrissen, wa? Hm, we're getting reports from the other squadrons. All surviving Kilwrathie are breaking off engagement and retreating. Great job, team. Hm. Buenas aleris. Mhm. You're on. Okay. Let's do the landing gear here. Let's do a defense flight here. Oh. I think the deck under your feet is probably congratulations enough after a defense mission. But in addition, that was a job well done people. We could have tightened it up in a few places. But overall, I'm very pleased. I know this isn't going to sit well with many of you who have fought hard for this piece of space. But Captain Moran has been ordered by HQ to take the battle group into Vega and abandoned Brimstone for the time being. a. 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 Dazu kommen wir dann später im nächsten Teil, würde ich sagen. Mission für Mission hier. Ja, bis dann.